Hallo, hier ist Anton Bollen und in diesem Video zeige ich, wie man MTS-Videos konvertieren kann, so dass man diese in Camtasia Studio verwenden kann. Ich habe hier bereits einen Ordner, der drei MTS-Videodateien enthält. Und wie wir jetzt schon sehen, können wir diese nicht in Camtasia einfügen, da wir diese nicht in das Clip-Auswahlfenster ziehen können. Wir müssen also diese drei Dateien konvertieren. Hierzu verwende ich ein Programm namens Handbrake, das man kostenfrei herunterladen kann. In Handbrake müssen wir nun als erstes die Dateien auswählen, die wir konvertieren wollen. Hierzu klickt man auf Source und kann dann eine einzelne Videodatei als auch einen gesamten Ordner auswählen. Fangen wir einfach mal mit einem einfachen Videoclip an. Ich wähle den Clip aus, klicke dann auf Öffnen. Es kann sein, dass Sie eine Meldung erhalten, dass Sie Ihren Zielordner noch nicht richtig definiert haben. Diese Meldung können wir jetzt erst einmal einfach ignorieren und setzen den Zielordner manuell. Dazu gehen wir hier unter Destination auf das Feld Browse und suchen uns den Ordner aus, wo wir gerne die Videos ablegen möchten. Ich habe hierzu schon einen eigenen Ordner angelegt und gebe unserem neuen Video jetzt noch einen Namen. Wir nennen das jetzt einfach mal VideoClip1-Konvertiert. Wir klicken dann auf Speichern. Alle anderen Einstellungen, die man hier unten definieren kann, lassen wir so wie sie sind. Die Standardeinstellungen funktionieren ausgezeichnet. Wir achten aber darauf, dass als Container das MP4-Format ausgewählt ist. Nun klicken wir auf Start. Das Video wird konvertiert, was je nach Länge des Videos ein paar Sekunden oder ein paar Minuten dauern kann. Eine Faustregel ist, dass die Konvertierung eines Videos ungefähr so lange dauert, wie das eigentliche Video auch lang ist. Die Konvertierung ist nun fertig und das Video befindet sich in diesem Ordner. Öffnen wir noch einmal Camtasia Studio und importieren wir dann den gewünschten Videoclip. In diesem Fall, da das Video jetzt im MP4-Format ist, können wir es in das Clip-Auswahlfenster importieren und von dort direkt auf der Timeline einfügen. Wir müssen dann, wie bei allen Projekten, natürlich noch die Bearbeitungsabmessung auswählen und danach bestätigen. So, jetzt haben wir hier unser Video, welches wir uns auch im Clip-Auswahlfenster schon einmal anschauen können. Und das war es auch. Auf diese Weise können Sie all Ihre MTS-Videoclips konvertieren, um sie danach in Camtasia Studio zu importieren und in Ihren Projekten zu verwenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.